Tja ihr Lieben, nächster Trailer angesagt, kommt aber dann eben auch, wir haben heute noch den 6.10., kommt frühestens am 7.10. raus. Ja, habe mich jetzt hier für dieses Bildchen entschieden, wieder mal allerbestes Kino vom Krankheitsminister und so weiter. Also ich kann hier an der Stelle nochmal sagen, bei mir wirkt die Homöopathie, meistens, meistens nicht immer. Ja, da traue ich da ganz auf die Marianne und ja, auch der Lungen-Tee zeigt Wirkung. Nochmal, ist nicht so ganz lecker, aber ging glaube ich heute mit der Husterei schon viel besser. Morgens ist es halt immer am schlimmsten, aber gut, will nicht pinzen, müssen wir jetzt halt mal ein paar Tage durchziehen, aber es zeigt auch Wirkung. Wobei das jetzt keine Homöopathie ist, sondern Heilpflanzen. Tja, es gibt natürlich noch weitere Themen, könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Beatshoot, Odyssee und Rumble. Sucht euch da euren Lieblingskanal aus, geht da drauf, Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, kommentiert es. Und was, ich wollte noch irgendwas, ja, es zieht sich halt, es zieht sich halt wie die Pest mit dem Internet hier. So gesehen macht es Arbeiten keinen Spaß, aber es hilft ja nichts. Und wie gesagt, es ist dann halt meistens ein Tag zeitversetzt, aber damit müssen wir im Moment auskommen. Ich habe da jetzt keine andere Idee, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ja, dann vielleicht bis gleich. Tschüss.